Indor ist eine Stadt im Bundesstaat Methua Pradesh in Indien mit rund 2 Millionen Einwohnern. Am Zusammenfluss von Khan und Saraswati auf dem Fintua Plateau gelegen. Sie ist Industriestadt-Kulturzentrum mit Universität, Theater, Museen und Kinos, Verkehrsknoten und Forschungszentrum mit wissenschaftlichen Instituten. In der Umgebung wird Baumwolle, Hirse, Mais, Robs und Weizen angebaut. Geschichte Nachdem Indor jahrhundertelang nur eine unbedeutende Station an den Pilgerpfaden nach Umkareschwa und Utajain war, entwickelte es sich ab 1715 zu einem bedeutenden Handelszentrum der Region. Malha R.A.U. Holka, der Gründer der Holka-Dynastie, machte Indor zur Hauptstadt seines gleichnamigen Reiches. Seit dem Jahre 1956 gehört Indor zum Bundesstaat Methua Pradesh. Heute ist Indor das größte Handels- und Wirtschaftszentrum der Region. Das in der Nähe gelegene Industriegebiet Pethempur oft als Indians Detroit bezeichnet, ist Sitz von zahlreichen Stahlgiganten und Motorwerken. Zu denen Honda, Hindustan Motors, Bayoi und Pratapstil gehören, sehenswert ist der am Ufer des Khan stehende Laibag Palast. Er ist ein Beispiel für die extravaganten neoklassizistischen Bauten, die eine Vorliebe der unermesslich reichen Maharajas des 19. und 20. Jahrhunderts waren. Das Wahrzeichen von Indor ist der alte Holka-Palast R.A.J. Vada, der einen von Palmen gesäumten Platz im Herzen der Stadt überragt. Die Villa wurde im Stil eines westindischen Stadthauses gebaut. Ein weiterer Palast ist der Manikbak. Klimatabelle Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020